Hallo und herzlich willkommen zu einem Spaß-Match in Ghost Recon Online. Wir sind mit dem Clan in einem Clan-Match und wir haben eine Abmachung mit den anderen getroffen, dass wir immer die anderen den Punkt überlassen, sodass die die Punkte bekommen, dass wir danach wieder in den Punkt rein dürfen und den selber erobern dürfen. Und jetzt dürfen wir wieder rein und die anderen hauen ab. Hey komm, geh weg, hopp hopp. Ich wollte ihn gerade erschaffen. Und, ähm, und, ey, nein, nicht, nicht, nicht Rico. Oh, da sitzt noch jemand hinter uns, ne? Und da kommt jemand. Boah. Und Eric, das hätte ziemlich viel gebracht, das mit dem Aufklärer, ne? So, jetzt gehen wir einfach mal, lalalö. Raus hier, raus hier. Sonst knall ich dir einen in die Birne. Nein, lieber nicht mit der Schrotflinte. Schießt ihr hier? Kommt raus, wir müssen raus. Und raus. Nur den kürzesten Weg, hier raus. Nur hier den kürzesten Weg. Hier ist der kürzeste Weg. So, dann lassen wir die jetzt wieder erobern. Ihr wisst schon, dass wir das mindestens 28 Mal machen müssen. Äh, scheiße. Hä, was? Tun die euch weh? Im Moment noch nicht. Und wenn, dann würde ich denen wehtun. Nein, nein. Oh, scheiße. Raus, 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 raus. Ups, ich hab gerade reingerutscht. Oh, geil. Und wie viel Prozent haben die? Wie viel Prozent? Ist gleichwertig. Und, und, wieder rein. Ist ja mal so richtig arschlos. Darf ich einmal reinhalten und vier Kills abstoßen? Doch frag doch im Chat. Nein. Nein. Anne ist abgesprochen. Ja. Aber das ist so ne tierische Einlage. So. Und wieder Egg ist an. Hallo. Und alle stehen zurück. Ich bekomme ununterflossen Egg ist schützt. Egg ist schützt, ist so geil. 25 Punkte für nix. Lollololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ach da kommt der 4 Wo? Ach da Nö, alles gut Ich geh mal ein bisschen um Ich guck mich mal ein bisschen um Lololol Ich hab perfektes Schuss Ach ja Ich roll mich hier mal schön rum Was ich hier noch erwähnen wollte, wir sind auf einer Betamap Das heißt, das ist noch keine offizielle Map Man kann sie nur im Clanmatch spielen Deswegen sind hier auch gar keine Texturen drin oder so Und deswegen erkunde ich die Erkunde Erkunde ich die jetzt einfach mal Lololol Und das hier sollen anscheinend noch Autos werden Und Komm wieder ran Nein lass es, lass es Bevor du jemanden erwischst Komm Ja vor allem du musst nachher erst getötet werden Damit du wieder neue Munition hast Ja Ich hab noch meinen Also Oh das macht bock Einfach mal stehen bleiben Weil wenn ich keinen Bock mehr hab, dann sterben die Äh Irgendwie kommt man so nicht so schnell zu Punkten, oder? Ja Wie viele Punkte haben wir denn? 1500, wow Das ist irgendwie langsamer als sonst, oder? Naja Lass doch machen, dass wir alle erst einnehmen Und dann können die wieder alle einnehmen Mit töten, oder was? Geht viel schneller Ne Warte mal Dürfen Dürfen Dass jeder einer auf die Also einer von denen Auf so nen Stütz Dürfen 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 Euch Während Des Eroberns Töten Fragezeichen Fragezeichen Ihr dürft Wird dann auch Töten Was soll'n das? Ey, wir nehmen nur die Pistole Nur die Pistole nehmen dazu Ja, dann bin ich mit meiner 5-7 gut, ne? Ich glaube ich habe auch eine 5-7 Aber auch keine Muni mehr Geh raus Ist das jetzt? Wurde's da angeschafft? Du knalltest ihn ab Was, nein! Bist du blöd? Du hast er abgeknallt Na hier der serold um alter lasst es der rollt um ihr müsst raus geht doch mal raus das heißt wenn die ab ein eingenommen haben dann kenne ich den ersten gleich weg das war ja eine abmachung falls er von dem anderen getötet wurde nicht meinetwegen töten ernsthaft nein derzeit raus geht raus alter ich warne euch raus ich war noch mehr ist der gerade eine bei euch hat auch teleportiert okay drei warte jeder nimmt ein stopp stopp jeder nimmt den der bei ihm am nächsten ist und was war das auf die haben jetzt dreht ihr durch ja wenn die uns abknallen knallen wir die ab haben die das gerade gesagt also ab sofort noch mal ja nicht mehr und die kommen von vorne holt ihr den holt ihr den leute seid ihr wohl nehmen wir jetzt gerade echt wieder ein das ist ein richtiger spiel ja aber ich denke ich denke ja oder nein bitte killt noch keine wenn ihr so sicher seid ich dann spreche das mit dem ab gut dann machen wir einfach normales match aufgepasst ist unsichtbarer ist unsichtbarer woher weiß einer wie ich zu eurem c-punkt komme ja das ist ein normales match ballern wieder ja hey wo sind die hä die waren hier doch eben noch ja die müssen von ganz hinten spawnen das ist bei denen nicht okay ach so lass einfach mal zu d gehen ja da vorne da kommen schon die ersten wieder so ich beschütze die mitte würde ich sagen so hä wo bist du sergeant nee du bist schon drin ja ich komm ja dann komm mal ran ja ich muss mich erstmal hier ran irgendwie orientieren ich lass mich oh oh durch die mitte durch die mitte wo sind sie ich hole mir gleich mal einen jo mach das ich hole mir einen sniper ich hole mir einen sniper ernsthaft bin ich jetzt wirklich gekillt worden weg ist er weg ist er weg ist er die erobern die blö 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 das hat grad irgendwie bock gemacht oder es ging aber zu langsam dazu muss man glaube ich wirklich mit acht spielern da sein oder es geht dann viel schneller oh wie viel prozent habt ihr hat sich grad jemand unsichtbar gemacht wieviel prozent warte bitte 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 ach man ich hab ihn ich habe keine eroberung bekommen doch ich habe eroberung bekommen einfach mal weitergehen hier hinten scheint frei zu sein leute machen wir mal die map größer und gehen einfach mal weiter da hinten ist eh aber ich geh lieber drüber erik erik was los zweite runde das gleiche noch mal also erst wie ein als wir einen dann die ok das dürfte machbar sein beide reingelassen auch mal leute hier kann man schön nehmen wo ich gerade bin weil ihr seht hier sieht man mich nicht warte wer ist da gerade bei mir der sehr wohl ist erich du passt rechts auf nehme ich an ja gut und wir erobern schaffst du warte ich mache stopp ich mache eckes an ja hole ich wo ist der dritte ich habe nur zwei ich habe nur zwei gefunden irgendeiner steht erhöht ich versuche auf das hinter dem tat egal also jetzt wieder normal also wie vorhin also schön eine 7200 wir haben ja diese die fünf punkte die ja ja die zweifel geile serie 821 721 auch ganz gut ne ich habe okay jetzt einnehmen dass die als erstes ein okay die nehmen zuerst ein warte ich gehe damit stellt euch bei mir ein das heißt nicht erschießen nicht erschießen wir machen das so wie eben bleibt am im endeffekt dürfen wir erschießen aber lassen kommt mit mir einfach mal in mein eckes rein wenn die da sind nicht reingehen sergeant ist reingehen auch wenn man nur so jetzt einfach warte mal macht spaß lol ist er wann was stopp 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 nicht hört auf jetzt mit dem geballer ja keine art wieso ich kann aber auch nicht ich meine die waren das deswegen werfe ich eine zurück ich meine das heißt wenn wir nachher anfangen dann braucht ihr nachher wieder munition doch nicht stimmt warte ich respawne gleich sobald wir den punkt haben nein doch dann habe ich wieder alle moni ja aber dann bist du einmal gestorben stimmt ach eine granate ist das nicht wert da oben sind auch keine schussabdrücke raus raus wenn die reinkommen kein kein kill und raus das wird lustig komm raus auf peint so knapp daneben doch ich habe dann 18 leben der sniper hat mich abgeschossen ihr könnt doch auf mich drauf gucken ich habe noch acht leben ich werde gleich mal aufs wein schießen das bekommst du gleich hört aufs wein schießen dieser marie hört auf damit ich wurde abgeknallt wirklich abgeknallt nicht abgefolgt das ist einfach mal witzig wer von uns ist wer von uns zusammen scheiße bauen das ist doch gar nicht ich bin doch alle weg ernsthaft los geht's mit killen ihr könnt ja sag das doch vorher ich hab's geschrieben wo denn als äh im chat danke jetzt bin ich tot muss uns das sagen ja ich hab's ich hab's geschrieben damit ich das im großen c eingeben habe ja toll die haben jetzt zwei eroberungen und wir eine ja toll dafür kriegen wir zweieinhalb tausend am ende ja echt wahr ich wollte aber ohne zu sterben hier durch danke ok jetzt werden wir alle sterben so das wollen wir uns jetzt jetzt werden die sterben das kann man nehmen jetzt geht aber eh aufgepasst hat jemand meinen rücken oh da oben sehe ich schon aufklärer oh, faul nicht nein noll gibt's dir einen oh hinter uns war noch jemand ich weiß nicht wo hab ihn und rein mit uns muss noch einer sein es waren drei Mann ne einer ist raus bei denen warte mal hab bescheid hab bescheid ich hab Bock mehr gehabt auf den Mist äh sag mir bescheid wenn's so um die äh 90% ist oder so ich hol die so lange mal von hier hinten jo jo und weiter geht's wo kommen die hallo vögelchen ja hallo äh von wo also beim nächsten mal machen wir eh gleich richtig oder wie soll das mit sein ne ne beim nächsten ist es ja richtig schade 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 äh links kommt jemand oh was erobert hier da kommt einer scheißen dreck ja komm komm geh rein oh nein voll die scheiß kardier gegen euch danke sehr ich ach nö ich meine hab ich tausend punkte und wir müssen ganz hinten starten ne aber die sind zu dritt Leute naja wir sind schlecht ja ja ich bin auch so wer ist da eigentlich noch vorne keine ahnung du bist aber zugegangen ich aktiviere dann mein plitz nehm nehm hitze mit jetzt bin ich voll raus bei der scheiß ernsthaft riko ich komm mit dir rein was hast du für ein gerät ich hab cloak gut ich geh mit elges rein und du schlüpfst daran vorbei mit cloak ja weil die denken werden dass du eher bei mir mit drin bist als dass du woanders mit drin bist oder du gehst rechts rum und ich lege es rum so könnten wir es auch machen auf den Dichhahn gucken auf den Dichhahn gucken auf den Dichhahn gucken und dann ach vor dir vor dir vor dir oh was ich hätte das ja jetzt hinbekommen gut ich nehm rechts was warf rechts kommen eh alle lang ey wir haben vorhin fünf punkte aber jetzt gar nichts hä wieso hab ich kein hä bei mir ist elges auf einmal abgebrochen ey dann hast du f gedrückt ja f muss man ja auch drücken nein da hast du doppelt f gedrückt und dann hat es auch wieder beendet los hopp 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 ich geh hier rechts hin ich geh schon pass du links auf pass du links auf ich weg euch von oben oracle ich eben vor mir ja das war's ich komm von oben das müssen wir jetzt selber bekommen oder von wo ja da kommen sie aufgepasst eric er hat er hat alter schwede das läuft ja gar nicht das dafür dass die zu dritt und wir zu viert sind wenn wir es von anfang an vernünftig gemacht hätten dann hätte ich dem jetzt was wir da hängt und wenn wir nehmen sein wir nehmen sie ja er wartet 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 wir sporen wartet oben ist einer, oben ist einer, oben links ist einer. Wo nochmal? Habe ich nicht, oben links ist C, da war gerade ein Aufklärer. Das war ein Witz. Boah, wo hocken die eigentlich immer alle? Auf, äh, unsichtbar. Bang! Bingo. Ach, wir haben C eingenommen, das passt schon. Länge. Ich hab nicht mehr wirklich viel Leben, also... Sie können ja auf dich aufpassen. Nö, machen wir nicht. Ich hätte jetzt blitzt. Dankeschön. Nee, lass erstmal. Erst wenn du jemanden siehst, wenn überhaupt. Boah, nee, ist das jetzt scheiße. F*** du euch. Danke. Bitte. Ich passe links auf. Marco. Ich passe rechts. Polo. Ey, da kommt jemand durch die Mitte. Am Bus vorbei. Ja, ich... Oben links, ganz oben, über uns ist einer. Ja, ich weiß wo. Ich weiß nur leider nicht, wie man da hochkommt. Oh, da waren Headshots bei, Alter, aber... Hab nicht funktioniert. Festgranate. Piep, 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 mach mal piep. Piep, piep, piep. Soll ich mal hinten lang gehen? Ne, hab schon. Gut. Aber irgendwie ist das grad verdächtig still, oder? Ja, find's so. Von oben! Ich mach einfach mal Aegis an. Wie viel Prozent ist bei Bishon? Äh, 97, 98, 99, 100. Ah, verdammt. Scheiße, ich hab... Dann gehen wir einfach mal weiter mit Aegis. Hoch Muni! Komm mal rein. Kauf, kauf den Muni. Ich hab, ich hab Aegis fast leer. Hier kann man hoch. Ja, ich weiß, aber... Ne, ich will... Ähm... Hallo Leute. Äh, Oracle. Wo bist du? Ich brauch nen Kill. Wo bist du? Bitte. Sag mal piep. Ah, da bist du, piep. Piep. Hehehe. Hehehe. Hattung, Hitterung. Scheiße. Und hinter euch sind... Ja, hab ihn schon. Hä, wo bist du? Mach mal piep. Ich sag bloß, ich muss wieder am... Okay, der hat wieder piep gemacht. Hallo Leute. Hier über euch, guck mal. Über euch links... Das... W.E. hier... Ja, ja, die Sneijper. Ganz vorne, rechts kommt einer. Warte mal. Oh, oh. Das war schlecht. Ach, hä, wie? Nein, echt. Kein... Bahn 2. Na ja. Könnte besser laufen, ne, Leute. Wie viel Prozent? 36. Gut, dann schaffe ich es vielleicht noch. Ja doch, du schaffst. Ich bin B drin gerade erst, deswegen... Lä. 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 der hocke wenn ihr und erobert nicht mehr von links kommen die ich gehe rein ich nie und ich bin komme ich bin und das war die letzte und